Meine Philosophie ist Carpe diem. Ich habe meinen Mann festgestellt. Wir waren in einem Urlaub in Südfrankreich und da bin ich mit einem Parkinson-Kranken spazieren gegangen und daraufhin sagte mein Mann, als wir nach Hause kamen, du gehst hier zum Arzt, du hast Parkinson. Wo ich gesagt habe, du bist verrückt, du spinnst und alles. Das war also im Mai 2003. Ich bin Amy Bell-Taylor. Ich bin 23 Jahre alt. Ich wohne in Kent mit meiner Familie. Meine gestionierung hat angefangen, als ich 3.5 Jahre alt bin. Meine Mutter hat es, als sie nicht zu mir getrennt hat, für meine Sitzende Party. Ich konnte nicht mit dem Rettbewerb auf Ich habe erst gesehen, Olivia's Epilepsy, als sie 2.5 Jahre alt war. Aber sie war nicht eigentlich bis sie 4 Jahre alt war. Sie hat sich angefangen, als sie daydreamt, wirklich. Ich denke, es ist einer der größten Momenten in meinem Leben. Von dem Momenten, wo ich nicht mehr kann, eine normale Leben leben. Ich habe sehr viele Tabletten genommen. Sieben Stück pro Tag und hat der Magen rebelliert und dann musste man wieder Magen-Tabletten nehmen und das war immer so ein Fasso ohne Ende. Dann hat Professor Volkmann mir vorgeschlagen. Dann hat er zu mir gesagt, ich wäre die ideale Patientin für einen Hirn-Simulator. Es hat, you know, es hat mein Leben großartig. Ich fühle mich sehr, sehr glücklich. Ich konnte viel mehr machen, was ich vorher noch nie gemacht habe. Ich war in ein Restaurant, ich habe ein Spaghetti-Bas, und ich war in einem Spaghetti-Bas. Und ich war in einem Spaghetti-Bas. Und ich war in einem Spaghetti-Bas. Ich war in einem Spaghetti-Bas. Aber es hat wirklich, wirklich gemacht. Sie hat jetzt in der Schule verbessert. Sie haben ihre Gräte zurückgekommen, wo sie für ein Kind ihrer Jahre sein sollte. Sie kann viel mehr für sich selbst machen. Sie kann jetzt ein Spaghetti-Bas. Als ich diese tiefen Hirn-Simulatoren hatte, da ging es mir merklich besser. Ich konnte die vielen Tabletten absetzen. Ich nehme nur noch zwei Tabletten. Die Bewegungen wurden viel besser. Also durchweg positiv. Musik Musik